Musik Ich möchte Sie jetzt ganz herzlich hier begrüßen in Hollenbach bei der größten Einzelinvestition, die die EBM-Papstgruppe jemals getätigt hat. Auch von meiner Seite an dieser Stelle noch mal vielen herzlichen Dank an alle Gesellschafter, die diese Entscheidung möglich gemacht haben. 38.000 Quadratmeter Gebäudefläche, genauso viel Hoffläche. Die Gesamtlänge des Gebäudes ist 340 Meter. Wir sind ein erfolgreiches Unternehmen mit einem tollen Wachstum, was hinter uns liegt und einem tollen Wachstum, was wir zukünftig erreichen wollen. Und mit dem Versandzentrum Hollenbach schaffen wir die Weichen für dieses zukünftige Wachstum. Ich muss sagen, es ist überall beeindruckend. Es sind überall Dimensionen, die wir gar nicht gewohnt sind. Ich bin sehr beeindruckt. Bisher habe ich nur den Eindruck von außen gehabt, wenn ich mit dem Auto vorbeifahre. Unsere Produkte finden Sie in allen Gebäuden weltweit, in allen Anlagen weltweit. Die müssen natürlich auch vernetzbar sein und diese Möglichkeiten nutzen. So bleiben wir wettbewerbsfähig und zukunftsfähig. Wir freuen uns natürlich unglaublich, denn das ist natürlich ein riesiges Projekt für uns alle gewesen. Und das macht uns schon stolz, dass wir das erfolgreich zu diesem Ergebnis geführt haben. Mathematisch präzise und wie ein Schweizer Uhrwerk akkurat wird es funktionieren. Wir sind einfach froh, dass wir EBM Papst hier im Landkreis haben. Vielen Dank und auf die Zukunft sagen wir, wir haben noch viele Bauplätze. EBM darf gerne weiter wachsen. Herzlichen Glückwunsch zu dem heutigen Tag. Herzlichen Glückwunsch zu dem Tag.